oder über die CPU und dann könnt ihr das Ganze testen. Das heißt, was ihr macht, ist dann auf Starten klicken und dann probiert für das Studio einmal eure Settings aus, ob man mit diesen Settings, die ihr getätigt habt, das Ganze denn möglich wäre. Hier zeigt es uns zum Beispiel jetzt an, CPUs bei 2,7%, die Arbeitsweiche Auslastung 766 MB, 0 Frames Übersprung, Encoder, FPS, 51. Okay, also die 60 werden nicht ganz gehalten. Nun, was könnte man machen? Was macht Sinn, wenn man theoretisch irgendwelche Compendipen hat? 1000 km. 1000 km. 1000 km. 1000 km. 1000 km. So, ich hör dich. Oh, okay. Na, ich suche jetzt diesen Schein, den wollen wir jetzt heute finden. Ich habe sogar recht, nicht? Oh, jetzt, da geht er nicht. Was ist denn das? Auch mal aus, um? Ja, auch mal los. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? So, was ist denn das? Komm mal, wir werden es noch. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Der Schrein ist wahrscheinlich am Berg oben, oder? Der Schrein ist wahrscheinlich am Berg oben, oder? Der Schirm ist jetzt allsatzbereit. So, wo ist der Schrein? Der Schrein ist wahrscheinlich am Berg oben, oder? 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ich bin noch damit. Oh, ich bin noch damit. Oh, ich bin noch damit. Ich sage, muss ich da jetzt wieder hoch oder nicht? Nein. Oh, ich bin noch damit weit genug. Oh, ich bin noch damit. 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 Oh. Ich bin noch damit zu kurz. Oh. Oh, ich bin noch damit zu kurz. Oh, ich bin noch damit. Ah! Oh! Ah! 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 So, jetzt. Und noch ein Göttler? Und noch ein Göttler? Also wir wollen auf jeden Fall erstmal die Schaffsfeuer. Wir müssen rübergleiten können, oder? Und noch ein Göttler? Und noch ein Göttler? So, ist es? Tut das noch vorne. So, Ja! 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 Die Trelle ist leider hinten! Und dann gerade ist man... Nein, gerade... Dann gerade... So! ... ... Und unter Zeichen der Bewährung. Untertitelung des ZDF, 2020 In dieser Gegend muss aber noch ein Stein sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Und 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 untertitelung des ZDF, 2020 Könnt ihr den Ganondorf wahrscheinlich schlachten? Aber, müssen wir noch ein bisschen nach dem Film entspannen. Ach, wir müssen ja keinen Walsen zu links. Dann können wir das Gebiet klein und erkunden. Aber der hat zwar hintergekommen. Schön. Vom Programmieren her, haben sie das so schön gemacht. Ja, das wird doch gar nicht so. Oh, der ist nicht so. Können wir wenigstens reinglufen. Aber wir können schnell wenigstens werden. Da, warte mal. Dann haben wir ein Betrag, oder? Ja. 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 Das wird überall. Okay. Ich hab keine Pan 자� betrayed, oder? Ich hab keine Pan ja irgendwie aufgehakt. Ich hab keine Pan ja eben. Da hin? Where are we going? Ich sollte den rausgehen. Ich sollte den Baum noch ein bisschen was. Hier, vielleicht ist der Akku. Und? Nichts. DLC will ich mir auch noch hin, wenn dann die ganzen Prüfungen beendet sind, also wenn ich da mal durch bin, dann mach ich den Macher-Modus auf jeden Fall. Am Anfang ist das Spiel schon ein bisschen anspruchsvoll, ich glaub's mir schon öfters, aber wenn man da noch mal bitte vorangekommen ist mit dem Spielfortschritt, dann geht es einfach. Was höre ich da? Ich bin schon da so auch nie. Ja. Ja. Möding der Wasser wird. Ich bin schon da so auch nie. Ja. Du kannst du sicher doch nicht mehr Bedeut. Ja,بر. Da hab ich doch schon wieder einen gekriegen. Du, oder? Das wird auch an, der Alkohol ist verfolgt, oder? Ich hab mir die Sachen gedacht, da nimmt keiner aus. Oh! Oh, oh, oh. Ich muss mal wieder ein paar ausdrängerte Ausdauertränke machen. Ich habe zwar inzwischen schon eine stabile Ausdauer, wo ich den meisten Dingern rauskomme. Aber so ein bisschen extra Ausdauer ist manchmal gar nicht schlecht. In Polen zum Beispiel habe ich das Ding in der Richterland verloren. Da. So. Oh! 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 Schleimhut und ordentlich Plattracken. Mittlerweile? Mittlerweile. Ich bin mit der Karte... Mit? Ja... Lange? Wir müssen noch mit. Ja, die kann man da. Ja, die kann man da. Ja. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Voll mega, oder? Freut man sich Voll mega, oder? Freut man sich Das Problem ist, dass ich es nicht hinkriege, dass ich mein... Ich hab den Stream auf dem Handy laufen, weil ich meinen Ton vom Computer nicht kriege Und deswegen hörst du das, also das kommt dann im Handy an und dann hörst du es nochmal Da bin ich noch nicht ganz raus, wie das mit der Einstellung klappt Jetzt sollte die Audio besser sein, oder? Jetzt müssen wir den, der da ungefähr platt machen Jetzt solltest du mich nur noch einmal hören, oder? Das Echo sollte weg sein Treff ich den? Treff den nicht, oder? Mit was schießen wir noch denn? Feuer? Oder Eis? Feuer, wir probieren es mit Feuer Ich glaube aber, Eis ist das Mittel zum Zweck bei dem... Jetzt hab ich noch einen Schuss mit Eis Werden wir treffen Was ist das? Naja, jetzt... Man will sich ja verbessern, aber ich hab ein Headphone geordert Und dadurch hoffe ich, dass ich das im Griff kriege Schau mal, dass ich ein mieser Bogenschutzig bin Aber, er ist abgelehnt Bleib mal kurz stehen Wie geht's hier, bis ich mich schwer zu treffen Das war schlecht Also der Pfeil ist scheiße Hat er mich gesehen? Warte mal, auch so blöd rumzuspringen Er ist zu weit weg, ich treff ihn nicht Wenn ich mir herangehe Der ist gefährlich, da muss er abdachen Ja, aber gut, wir kriegen nicht Das war auch weiter Okay, ich kann noch was jetzt Okay Wenn ich wegkippt, dann der Scheiß So, der macht mir klar Ich kann noch was, ich kann noch was Ich kann noch was, ich kann noch was Ich muss noch was, ich kann noch was Ich kann noch was Ich mach doch nicht Aber das war nicht Aber, das war nicht Aber, das war nicht Aber, das war ja nicht Ich hab doch nicht Ich kann ja nicht Das war nicht Das ist ein bisschen Ich geh mal ins Streitgespräch und hier und 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 So ein Elektrostab ist was Feines. So ein Elektrostab ist schon etwas verändert. Trägen wir das schon wieder? Keine reine Zeit. Da kommt einen Peile wieder einsammeln, die wurden ins Leere geschaffen. Noob. Und ehrlich? Los mit dir. So jetzt haben wir natürlich wieder mal die Orientierung verloren wegen dem blöden Elektrozideral. Das ist schon da aus. Aber die sind jetzt schon. Komm her. Ja, gell der? Das kann man mal kaputt machen. Ja, dann komm halt her. So machen wir das nicht. Dann musst du rauskommen. Okay. Das ist gleich. Was? Das fällt mir gleich los aus, ne? So ein bisschen. Ne, komm halt raus, hat? Okay. Im Rückenschießen ist ein bisschen links, ne? Ne, 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 ne. Aber das ist jetzt natürlich gleich. Von dem her. Also ich will das nicht, das ist Mist. Kein Damage. Sieht aber cool aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist gut. Schade. Hier ist es gut. Gut. Jetzt weiß ich aber immer noch, wo der Schrein ist. Aber wir sind den Weg auch noch mal bis zum Ende. Glauben. Warte mal. Schlange. Hä, der hat doch von der Schlange geredet. Der Schlange. Vielleicht war da mal zwar Start und so. Kann sein. Kann sein. Wir laufen einfach mal den Weg dahinter. Oh, das ist interessant. Zu. Ja genau, das war mir nicht. Was? Jo, das war mir nicht vermutlich zu sein. Es ist lustig. Das war mir. Das ist lustig. Ich weiß, dass es lustig ist. Schon noch da ja. Das ist lustig. Das ist halt lustig. Jetzt kommt die Kirche rein. Wollen wir mal ein wenig zum Pride angreifen, oder? Wollen wir nicht weiter? Weil ich mich jetzt selber angekündigt habe, ich habe mich selber angekündigt, jetzt schau. Oh, das wollen wir nicht. Na, das würde ich da kriegen. Geiles Rezept, bestes Rezept ever. Maxi Kochobst. Ein Apfel, ein Maxi Dorian. Voll Energie plus Herzen. Kleines Apfel. Oh, das ist gefährlich. Das weiß. Oh, das ist gefährlich. Mal kurz weg. 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 Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der droppt aber auch noch mehr. Der droppt auch wacker mehr. Mal gucken, was wir da alles verloren haben. Und im Regensfall nervig, das hätten sie anders machen. Na gut, das ist ja cool. Das ist ein cooles Feature. Aber es riecht nicht schlecht. Ich liebe die Sonne. Das war's für heute. 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 Ich bin in der Ferne. Oh ja, das ist doch cool. Ja, und da muss jetzt aber eigentlich gut irgendwann mal was rein kommen, oder? Okay. Oh ja, das ist doch gut. Hm. Machen wir den? Oh! Jetzt haben wir gleich einen Blitz gemacht. Wollen wir was anderes machen? Dafür haben wir die Hügel. Wir müssen auch noch aufwerten. Dass du denkst, oder? Nein. Aber ich weiß. Was soll das gewesen sein, oder? Wollte ich doch mal. Ich will das dann. Aber durch die Isolierrüstung ist das egal. Selbst wenn mich der Blitz trifft, dank der Isolierrüstung nehme ich kein Damage. Nein. Hey! Ich bin aber jetzt genug, ne? Oh! 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 Das ist alles. Reinigerlich. Ich habe mich nur noch von dem, da Teile zuvor. Das ist immer nur noch ein Damage-Greif, das ist immer noch besser. Was ist das denn? Was ist das? Das ist ein Rutsch. Leicht ist die Challenge dahinter zu kommen, mit dem Gewitter, dass ihr das da immer abgehöhnt und es da hinbegebenkommt. Wie lange ist das da so? So, warte. So. So. Hm. Wir haben den Platz. So. 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 Wir laufen her. Da sind ganz viele Schlangen mit Rachen und das ist schon ein ganz guter Hinweis aufs Seite. Sein Freund davor. Und irgendwas groß. Oder ist das noch ein Nischbott? Ach, die haben doch noch eine Stunde kracht. Ja. Ich muss mich mal nochmal angucken. Und hier habe ich ganz in das Ding. Ja, du. Das ist der Ding, ne? Das ist der Ding. Das ist der Ding. Das ist der Ding. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020